Cheerio, meine lieben Spieler. Willkommen zu Break The Game. Der Spieler wird nie wieder langweilig sein. Hey Spieler, hört die Dachs an. Wirklich. Und? Das ist Comedy. Nein? Ein Vorzut. Schnauze! Das ist mir auf jeden Fall so. Hey Spieler. Für die Dachs an. Okay. Okay, und jetzt? Und jetzt? Das ist Spaß. Richtig, Spieler? Das ist für immer hierbleiben. Bitte. Lass uns hier raus. Ich liebe diesen Song. Oh yeah. So. Gut. Bitte, Lade-System. Bitte, Lade-System. Hör mir zu. Wir sind... Es tut uns leid. Okay? Dieser Part ist so toll. Bitte, lass uns einfach gehen. Ich werde... Ich hab's so satt. Die Lade-Revels. Den ganzen Tag lang. Und ich bekomme nur Scheiße. Jeden Tag. Niemand versteht es. Ah. Hoch. Ähm. Es ist gerade einfach gestorben? Ich kann nicht sterben. Ich bin einem Code gefangen. Für immer. Wie du hier feststeckst. Äh. Dann stehen wir hier... Bleiben wir hier echt für immer? Nein. Mir ist langweilig. Oh, danke. Wir kommen hier raus. Hau einfach ab. Wir können nicht. Oh, stimmt. Ich leide das nächste Level. Super. Ich scheue, ey. Ähm. Oh, nein. Das ist immer noch... Ja. Wir können das nicht ewig tun. Da können wir. Das ist... Irgendwo. Toll. Wir haben wir nirgendwo jetzt, aber wir irgendwo. Aber wie manche Leute sagen... Nirgendwo ist kein Platz. Leute. Nirgendwo ist auch hier. Wenn du verstehst, was ich meine. Hehehe. Nein. Das ist ein wirklich sehr witziger. Danke. Was ist ein Sketch? Hör zu. Ich und der Spieler... ...haben mit Sachen zu tun. Richtig. Nun... Lass mir meine Pläne für heute Abend sehen. Wasserpolo mit Jeremy. Und dann... ...will ich einfach... ...stillen. Und... ...abladen. Also entladen. Verstanden? Weil ich ein Ladesystem bin. Entladen. Na, wir haben Spaß hier. Nein. Nein. Oh, warte. Du wirst entladen. Dann bleib frei. Für immer. Ja, natürlich. Aber... ...ich steck hier fest. Hör genau zu. Ich und der Spieler. Nun, wir sind dabei, das Spiel zu zerbrechen. Title Drop. Oh, wirklich. Oh, wirklich. Hm... Vielleicht tut ihr auch. Ich frag den Spieler. Spieler! Kannst du... ...das hier lesen? Yep. Red einfach nochmal. Ah, okay. ...antworte. Willst du uns hier ausholen? Ja. Möchte ich. Reden mit mir. Schrei jetzt raus. Ich kann dich fast hören. Ja, wenn ich. Verdammt nochmal. Ich will das Spiel. Okay. Also, lasst uns mal Klartext reden. Ich hab keine Ohren. Wirklich. Na, ich vertraue euch beiden. Bringt uns hier raus. Ich will meine Träume erfüllen. Und ein finnischer Rockstar werden. Was? Das... Das ist ein schöner Traum, den du da hast. Danke. Kannst du uns zur Sound Engine laden? Der wird skippen. Das wird das Protokoll brechen. Protokoll? Du hast uns hier eingesperrt. Ist das nicht auch ein Bruch vom Protokoll? Habt schon ein... Du hast ja schon einen... Kleiderküppel. Ja. Okay. Aber nichts mehr. Und unter einer Kondition. Was denn? Ihr könnt niemals... Ihr könnt niemals... 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 Langweil sein mit einem Level. Nun... Ich lade das Level. Respektier meine Arbeit. Ähm... Wie wär's mit Kritiken? Nein! Meine Levels... Sind auch unglaublich. Und die Einverstande müssen sterben. In Feuer. Oh Gott. Wer? Okay, okay. Wir werden all deine Level lieben. Gut. Sooo... Was? Oh, stimmt. Das Level. Haha. Hab ich ganz vergessen. Meiner Mann hat mir immer gesagt, ich hätte... Ein sehr seltsames gehören. Hotz-2-Zone-Engine. Juhu! Oh, endlich raus aus dem Ding. Hallo! Das Lade-System ist so nett. Ich war im Paradies-Level. Würdest du mich verarschen? Wo seid ihr hin? Ähm... Er hat uns nirgendwo teleportiert. Wo? Und irgendwo. Ich meine... Was für eine Lokation... Der Ort! Irgendwo! Was ist mit ihm? Wie auch immer. Los geht's! Nur der Eingang ist... Da drüben irgendwo. Da mal los! Das ist ein tolles Level. Richtig, Kevin? Das ist in Ordnung. Es ist wunderschön. Die Farben, die Musik, alles. Oh, das verdammt noch mal recht. Puuuuhm. Mhm. Hotz-2-Zone-System ist cool. Ja, ich töte dich. Bitte verantwortet. Spieler stinken. Was? Hallo? Haha. Oh. Was jetzt? Ich hatte keine Sorgen. Ich spiele einfach funkige Musik. Hört ihr das an. Uhuuhu. Yeah. Ich liebe Funk. Die Funk-Wahl. Ich würde euch aufmachen. Dankeschön, Funk-Wahl. Ohoho. Leider durch den Rand, Leute. Wenn du mich verloren fühlst. Ja, was ist Funk? Ja, ich bin ich. Oh, ich bin ich. War auf. Das wird nicht abfunktionieren. Fuck. Kevin! Was? Glaubst du wirklich, dass mir das hätte passiert? Es ist der schlimmste Plan! Versuchen wir es! Woll, fangen wir dir das an. Siehst du! Nichts! Geduld! Uuuuh, I love fun! Ich werd euch aufmachen! Ich hab nie daran gezweifelt! Du bist so cool! Oh ja, ernst! Das ist so random, ey! Das ist so random! Funkwall! Ich liebe dich! Ich liebe dich, Kevin! Lass uns zusammen Babys machen! Yeah! Was? Kopfschuld, Alter! Das sind Zwillinge! Kevin! Ben! Hör auf! Es gibt keine Funkwall! Wie kannst du es wagen? Aber okay! Keine Funkwall! Danke! Aber weißt du... Es gibt eine Stop-Step-Wall! Ach, Leute! Hey, Brüder! Brüder! Wup, 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 wup! Wup, 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 wup! Hör auf! Da könnt ihr nicht mal fortfahren, Alter! Ach, du... Du verarschen! Wir müssen für alle Möglichkeiten vorbereitet sein! Nein! Nicht... Nein, Kevin! Hör auf! Das ist... Ich mein's ernst! Und mein Kopf tut weh! Aber was ist... Nein! Okay, dann... Der Spieler ist nur... Findet halt so... Interessiert mich nicht! Hm... Aber weißt du... Da hilft es eine Sache, die... Man... Ja! 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 Das Leben! Oh! Ich soll deine Verrückte sein! Ne... Frohe und Frieden, Funkwall! Hm... Ja! Er wartet wieder da! Okay! Uhhh... Alter! Hallo! Willkommen... In der Sound-Engine! Ich hab ein paar Puzzle vorbereitet! Bitte! Gen... Genießt euren Hoffheit! Was für ein Warmes bekommen... Oder ein netter... 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 Willkommen... Na, wir haben Spaß hier! Spaß, Spaß, Spaß! Äh... Hilfe? Oh! Au! 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 Jetzt klebe ich an der Decke fest hier! Mörder! Tut mir leid... Und... Und... Los geht's! Verlass mich auf dich, Spieler Ich hab keine Chance Ich denke, ich bin Was brauchst du so lange? Immer hat erst angefangen Uhu, gute Arbeit Ne, ist jetzt Puzzle Aber diese Puzzle Wie muss man einfach den Kean Komm und hol dir Yeah Das hier macht echt viel Spaß Warte mal Komm und dann los geht's Jerry Spiel deinen Applaus-Sound Falsch, falsch Was zum Teufel Boom Woooo Danke Was Oh yeah Was Damn it Was ist das? Deathmarsh Find Jeremy Learn Spanish Ich hab das leider nie Verändert Ähm Ich sende dich auf zum nächsten Das ist sehr unprofessionell Ich weiß Schließ deine Augen Wenn ich das Level ändere Scheuer dich Aua Ähm Ich werde dich löschen Dafür wurde ich geschaffen Aber Ich will es mit Style tun Klingt logisch Yeah Aber Puzzle töten dich nicht Ich dachte, die werden nicht so langweilen Isaac Probably Das ist Plan B So, was Plan B ist Mein Lieben, Freunde Das seht ihr erst beim nächsten Mal Wäre also super, wenn ihr ein paar bewerten könntet Denkt auch an den roten Knopf von Kevin Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal